Hallo, willkommen zurück bei World of Warcraft Klassik. Heute geht es nach Unterstadt. Nicht mal keine Quests, sondern ich habe noch eine Quest im Inventar, die dort einen Platz belegt mit so einem komischen Ding, wo man dort abgeben muss, so, keine Ahnung, Dokument, irgendwas. Und das machen wir dann einfach nur. Eventuell können wir uns so wieder mit Quests ausstatten, bis unser Quest-Log platzt. Servate Priester, kann ich selber teilen. Das schauen wir mal. Ich vermute nur, es wird jetzt nicht so viel Action geben, weil ich werde mich wahrscheinlich in den Unterstadt erst mal drei Mal verlaufen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Zeppelin-Landeplatz. Oh, stimmt. Da war der. Geil. Da könnte man den Kontinent wechseln, obwohl man natürlich jetzt aber nicht. Ähm, was steht denn hier? Pestländer, stimmt. Ach, das ist Silber, weil das geht da lang. Ah, ja. Interessant. Könnte man eventuell Armour abgehen. Okay. Ähm, noch klickert es nicht. Ähm, ähm, unterschaut war doch irgendwo unten. Ähm, in Grad. Wo geht es denn hin? Ach du hin, das ist ein Eingang. Oh, ho, 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 ho. Ich würde noch können mal kaum gucken. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich kann mich so gar nicht daran erinnern. Ich komme mir grad vor, als wäre ich hier noch nie gewesen. Zudem. Wot,reibst du? Moment, warte mal mal. Ähhh, ah, Jungs? Welch da? Äher okay, hier ist zu. Wot Moment, wo kommen ein paar Leute her? What? What? Wohin? Der wäre jetzt bestimmt, wo es eigentlich geht. Oder auch nicht. Offensichtlich auch nicht. Ach, wo ich mich anspreche. Ach so, jetzt eher sch... Ja, ja, okay, gut. Ja, ja, ey. Was wir machen. Die Bank. What? Das verstehe ich jetzt nicht, das System. Okay, Fahrstuhl. Okay, Unterstadt, logisch, aber... Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern. Handwerksviertel. Holy crap, wir finden ja nie wieder raus. Nie wieder. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern hier. Moment, Reagenzienverkäufer. Hier ist die Briefkaste. Ah, Gastwirt. Okay, da könnte ich jetzt mal Ruhestein hier hersetzen. Wolle mal das. Ja, ich glaube, das wolle mal, oder? Ich bin von den Verlassenen. So, das wolle mal. Das ist schon mal gut. Was bist du? Pilzverkäuferin. Das ist ja schon mal umkohl gemischt. Und Handwerkswaren. Schwere Rüstungen. Waffenhändler, Waffenhändler. Wischen du? Lobigungsoffizier von Undercity. Was jetzt? Will ich eigentlich eher nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Oder ich weiß es nicht mehr, was das ist. So, das ist nichts. Gemischt und Handwerkswaren. Hier geht es wieder raus scheinbar. Was bist du? Gemischtwarenverkäuferin. Das ist wieder raus scheinbar. Ah, okay. Jetzt sind wir im Ohrumgang. So, dann. Ist das doch die Bank? Ist das die Bank? Hallo? Banki. Oh, geil. So, da können wir uns erst mal. So. Ich hoffe, dass das alles richtig ist. Das brauche ich noch nicht. Aber könnte ich mal die Bank machen. Leinstoff ist immer gut. Das ist Questgegenstand. Wolfsfleisch kann ich zum Kochen, denke ich, nutze. Eiltrank, Troipotrank. Die können wir irgendwann mal nutzen. Ich fahre, wenn das Zeug einfach wo dann ist. Sieg für Sylvanas. Ah, genau. Das ist noch dort. Sehr schön. Ja, tschüss. Okay. Gildenbombrock-Designer. What the fuck? Und das sind die Zählungen. Wir finden hier nie wieder raus. Koch, 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 Koch. Kochkunstlehrer. Genau. Das wollten wir doch machen. Ich hab nicht ewig Zeit. Tschüss. Äh, okay. Sonst gibt's nichts. Talente, Zauberbuch, Fertigkeiten. Äh, Koch, Koch, genau. Zähniges Wolfsfleisch. Das können wir machen. Das haben wir nämlich. Das können wir dann gerade nur verköstigen. Ich glaub, wir brauchen hier so eine Feuerstelle. Nein. Ach so. Moment, ich... Was ist das? So. Ähm. Ich mach einfach mal. Verkohlt. Ich wisse an, wie mag ich halt grillt. Ja, Brau-Roma ist nicht wirklich. Können wir mal irgendwie mal auf Artikel. Keine Ahnung. Ex-Küchen-Chef. Ich hab genau das, was ihr braucht. Keine Ahnung, stimmt. Verschaffst du Fatigue mal einfach mal. Brau ich nicht. Vertraut niemandem. Ähm, so. Moment. Ich muss erst mal gucken. Ach du Scheiße. Was ist denn das nochmal alles? Das ist der Gildner-Markt-Designer. Das ist der Koch-Chef. Wir gehen einfach mal. Noch ein Druide. Und da suchen noch Hilfe für HDW. Ich kenn die ganze Abkürzung gar nicht. Was bist du? Tau auf. Verstärkt mal. Verstärkt mal. Verstärkt mal der Blick. Glück. Oh Mann. Er versperrt mir den Blick. Auktionator. Kann ich hier was kaufen? Okay, das war das Auktionshaus. Danke. Ich hab genug gesehen. Ähm, dafür haben wir nicht das Geld und noch nicht die Ware. Dass man irgendwas machen könnte. Das Apothekarium. Handwerkswirbel. Kriegsviertel. Ich komm da wirklich nicht hin. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und. Künder. Was ist das für ein Name? Eieieiei. Bestimmt die Auktionator. So langsam kommt die Erinnerung so ein bisschen ganz grob zurück. Kriegsviertel. Magieviertel. Magieviertel. Nicht hier richtig. Oder auch nicht hier nicht richtig. Eigentlich. Würde ich nicht nur heile. Und nicht Magie. Oder keine Ahnung. Magieviertel. Dann müssen wir mal wo Magieviertel gucken. Schurkenviertel. Handwerksviertel. Handwerksviertel. Schurkenviertel. Kanäle. Bothekarium. Wir geben uns Magieviertel. Oder warum? Das steht doch bestimmt hier. Der Abtrünnige. Magieviertel. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal in die Schurkenviertel. Schurkenviertel. Magieviertel. Gehen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal hier ran. Magieviertel. Schurkenviertel. Okay. Kann ich hier durchgehen? Ist das gesund? Ich probiere es mal lieber nicht. Magieviertel. Okay. Das ist schon mal. Ach. Schande. Ich. Gehe mich gar nicht mehr aus. Buchanbieter. Verdammte Axt. Fungusverkäufer. Holy Crap. Holy Crap. Ich kann hier niemals wieder raus. Stoffmeister. Das ist doch schon mal. Das ist doch. Ah ja. Das ist Schneiderlehrer. Zauberstabverkäufer. Ach guck mal. Der hat Sukkubus beschwert. Na ja. Jeder hat so sein Fetisch. Stabhändler. Was jetzt? Ach du Mann. Unsere Zeit wird kommen. Alles rot. Alles zu teuer. Kann ich mir das leisten? So. Auf jeden Fall ist der Schneider. Dings. Ist mal. Magieviertel. Das trifft sich ganz gut. Und hier habe ich doch schon ein Ausrufezeige gesehen. Oder habe ich das? Oder habe ich mich verguckt? Auf jeden Fall ist hier eine Questmarkierung. Muss mich schon doof erinnern. Keine Ahnung. Holy Crap. Holy Crap. Ah ja. Okay. Was ist? Bringt das Zauberbuch. Es gibt ein Licht, der auf einer Insel im Auto. Ganz dunkel. Ganz dunkel. Ja, okay. Machen wir mal. Das hört niemanden. Nehmen wir einfach mal an. Was kann schon passieren? So kann man noch mal gucken, wenn wir schon hier sind, wo der verdammte Lehrer. Hier ist Magielehrer. Welches Priesterlehrer hier irgendwo drin? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was bist du? Du bist du Dämonenausbilderin. Dann bist du Hexenmeisterlehrer. Und du bist Magielehrer. Du bist Magielehrerin. Ja, okay. Wenn sie meint. Wo ist ein Priesterlehrer? Verdammt. Ist vielleicht im Apothekarium doch. Hm. Ach, Mann, wir können doch, 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 die Typen können wir vorher. Lehrer für eine Klasse. Priester. Geht ihr zu äußeres Ring vom Kriegsviertel? Ach, da werde ich jetzt nicht drauf kommen. Okay, gut, der Stofflehrer ist irgendwo hier. Puh. Eine Folge ohne Action einfach nur verlaufen in Unterstadt. Äußere Ring vom Kriegerviertel. Handwerksviertel, Schurkenviertel. Warum die Krieger? Den haben wir doch dort draus irgendwo schon mal geläst. Schurkenviertel, Handwerksviertel. Am Apothekarium können wir mal eventuell gucken, was es dort gibt. So, einfach nur schauen. Schauen. Ähm, guck, was ist hier. Was hier so für Gestalterum laufe. Gar nichts. Alchemiebedarf. Okay. What the fuck? Wo geht's denn hier hin? Was zur Hölle? R.F.A. Was ist das Ripper? Keine Ahnung. Alchemieges. Ach, stimmt. Alchemie. Ja, stimmt. Da war ich doch des Öfteren mit dem Hexer gewesen, auf dem ich noch hier wie gespielt habe. Der war nämlich Alchemist. Stimmt. Immer durch hier in Skabufdoruna. Irgendwann hat er doch gerade ein paar Probleme. Oder erfreut sich. Kann man so ganz nett sagen. Ähm. Dies und das. Auch nicht schlecht. Hier ist schon Feier und Blumenbuchgeschäft. Kontrolljäger. Oh je, oh je, oh je. Moment, Moment. Krieg. Hab ich hier auf so einem Krieg? Krieg gelöst? Kriegsviertel? Oh. Ja, es bedeutet Flammenstund. Plus ist die Abkürzung R.F.A. Ragefire. Abgrund. Oder Ragefire Abyss wahrscheinlich. Das ist das nicht. Das ist das nicht diese Bergbaulehrer. Das ist nicht diese Inni unter Okoma. Okima. Okoma. Das ist unglaublich. Waffenmeister. Was kann der Waffenmeister nochmal? Irgendwas kann der. Ich weiß es noch nicht mehr was. Schmied. Kunst. Ok. Ach guck mal hier. Hier ist eine Fahne. Das ist doch schon mal. Oh oh. Ach da kann ich mich noch so ganz dunkel dran erinnern. Das ist die auf dem Kerl rumkloppe. Priesterlehrer. Ach das wird mit so einer Flacke markiert. Was benötigt ihr? Hast du was für uns machen? Ne, wir haben schon alles geholt. Leb wohl. Alles klar. Oh. Oh, eine neue Quest. Was ist? Berührung der Schwäche. Hat das auch eine Priesterlehrerin? Oh. Oh. Sieg für Sylvanas. Oh, was ist das? Und Tarnzauber. Der nächste Nahkampfangriff gegen den Zauberernden. Was verursacht. Acht Schatten Schaden und verringert den. Oh. Wie nice. Da brauche ich nicht. Du jung, der Schwäche. Marmormilen. Nice. So, ah ja. Okay. Alles klar. Also wissen wir mal, wo die Priesterlehrer sind. Das ist schon mal gut. Das wird hart trainiert. Und jetzt gucken wir mal, ob man hier rinnen kann oder ob man direkt sterbe. Wo komme ich hier auch nicht raus. Okay, also sterbe nicht, aber bringt auch nichts. Ei, 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 ei. So, das da müssen wir noch abgeben. So, jetzt suchen wir noch mal den Weg nach draußen. Ähm, Angellehrer, 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 wo Angellehrer. Das muss auch hergeben. Das muss man sich erst noch machen. Das ist ganz eminent wichtig. Ohne das geht gar nichts. Das ist so überhaupt nichts. Können wir auch gleich aufhören, wenn wir das nicht können. Das ist spielentscheidend. So ungefähr. Hallo, wo ist wieder so großer, so Flashbrugge dort drüben? Ja, wir machen mal gerade noch mal die Abkürzung hier. So, Kampfmeister. Was macht denn der überhaupt? Das weiß ich gar nicht mehr. Waffenmeister, Zeppelinmeister. Der ist doch außerhalb des Auktionsbaus. Das haben wir schon gefunden. Briefkast, das ist auch beim Gasthaus. Jeder Mausführer. Aha. Das muss man ja auch noch angucken. Warte, wir haben ab schon jemanden hingeleitet. Okay, Beruf. Wo sind die Verzauberer? Der Verzauberer im inneren Ring vom Apothekarium. Magie-Viertel stehen auf Dock. Magie-Viertel, wo sind die jetzt ab Wasserkanäle? Ja, toll. Bio, was waren wir? Wasserkanäle, Abothekarium, Kriegsviertel. Kommt ja komplett falsch. Wir müssen hier immer durch wahrscheinlich. Lf, M, D, D, B, S, F. Kein Stoffi. Okay, Redement. Keine Ahnung was. Redement, aber... Viertekarium. Kumpf, ihr Kloster. Und... Das Scharlach-Rote-Kloster oder wie das war? Irgendwie sowas. Das kann ich mir auch so ganz dunkel dran erinnern. Schurken-Viertel, Handwerks-Viertel. Hier ist einer beim Auktionshaus oder auch nicht. Magie-Viertel. So. Irgendeiner, der auf dem Dock steht. Schurken-Viertel, Magie-Viertel. So. Können wir mal eventen. Gehen wir hier lang. Das ist der Dock. Ach, Angelehrer. Meine, Schulter-Aue direkt gefunden. Mir ist wahnsinn, der Sherlock Holmes-Fallover-Gang. Direkt haben wir den Angelehrer gefunden. Wahnsinn. Hallo. Sieg für Silber. Brauchen wir natürlich Angelehrer, aber wir haben keinen Platz. Ich wollte es einfach nur lernen. So. Okay. Jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt können wir hier raus. Hoffentlich. Ach, ist irgendwie cool, wenn so ganz langsam so die Erinnerungen zurückkommen, so an Unterstadt, die oft mal hier rumgerennt ist. Es ist schon, hat es hat was. Insgesamt ist das Spiel ja voll der Nostalgie-Flash. Das ist irgendwie ein großer Teil von der Faszination irgendwie. So. 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 ich hab mir auch geplant wie man die dinge aufmacht ach so dann muss man wahrscheinlich einfach nur warten das war knapp junger padawan wunderbar müssen wir müssen nicht ganz raus ok das doch kommt abgang vor mit diese richtung das wird schon irgendwie stimme wir sind raus wow coole sache der erste besuch in der stadt herrlich herrlich so jetzt mal gucken ja das könnte man irgendwie machen das dort müsste man lieferung in den silberwald ich würde doch schon gerne die quest hier fertig machen das war eine todeswache lundmark moment ah genau hier kommen wir dabei diese komische schrecken und bei die andere dings kirchens tue ja ich würde sagen dann können wir diese quest hier beim nächsten wo fertig machen dann haben wir auch schon einiges erledigt wieder was war keine ähm angelbedarf ich hab genau das was ihr braucht kochkunstrezepte glänzen das schmuckstück achso ja die braucht halt platz das kann ich momentan nicht machen war jetzt eine folge ohne action aber was wir mal machen dort war mal unter stadt nummer gesehen und beim nächsten wo geht es dann hier weiter bis dahin dann bei 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 bei